ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Tommy, Emma, Sophie und Justus erlebten einen turbulenten Start auf Einstein. Du musst doch bleiben. Du bist der einzig bescheidte Hamburger hier weit und breit. Ich bin auch Hamburger. Ja, ich auch. Du bist so doof. Und dann werden wir es in unserem Zimmer richtig abgehen lassen. Aber nichts wird abgehen. Du wohnst zu Hause. Papa, Papa. Tatjana interessierte sich auf einmal für Monia. Kommst du eigentlich klar? Was meinst du? Naja, zu Hause von Daddy kontrolliert werden und hier von Big Mother Steiner. Naja, das ist ätzend. Aber lange mache ich das nicht mehr mit. Doch was führt sie wirklich im Schilde? Hat es etwas mit Steiner zu tun? Mit beiden Bremsen. Gleichzeitig. Gleichzeitig. So und jetzt mit Gefühl. Vorsichtig anfahren. Langsam. Wieder in den ersten Gang. Autsch. Mann, lass wenigstens den Kopf noch dran. Bisher habe ich deinen blüten Wackelsackel immer noch hingekriegt. Wann ist Kims Kur eigentlich zu Ende? Fünf Wochen. Dank dir nochmal, dass du dich um Kim kümmern willst, wenn sie aufs Einstein kommt. Das ist doch selbstverständlich unter alten Freunden. Kriegst du das mit dem Internat eigentlich finanziell hin? So als Dreher, da verdient man ja doch nicht allzu viel. Ich muss? Kim ist nicht mehr zurechtgekommen in der letzten Schule. Kinder können manchmal so grausam sein. Tschüss Heinz, genieß dein Feierabend. Ja, ich werde wohl meine Plattensammlung sortieren. Paulinas Zimmer wird mein Musikzimmer. Und nicht so laut aufdrehen. Weißt schon, Internat und Ruhe stören und so. Was die Kitzernstreitereien zwischen Paulina, Lucky und mir durchmachen mussten, da kommen ihnen die Stones wie Einschlafmusik vor. Na dann, bis bald. Ja und Grüß Engel von mir und natürlich Kim. Du übst mit mir das Fahnen und ich mach deinen schönen Roller kaputt. Na ja, schöner Roller. Den hab ich mit Feli aus irgendeinem alten Schrottheil zusammengebaut. Was den nicht umbringt, macht ihn härter. Wenn ich mich weiter so doof anstelle, dann kann ich das mit dem Führerschein knicken. Ach, ein guter Cowboy springt gleich wieder aufs Pferd, auch wenn es ihn abgeschmissen hat. Aha. Los, komm, probier's nochmal. Aber nicht da. Das ist mir zu rüppelig. Hm? Na gut, aber ich fahr mit. Na dann, mal los. Paulinchen, Paulinchen, wie's euch wohl auf Borkum geht. Na siehste, geht doch. Ja, brauchst du gar richtig Laune. Gib ruhig mal ein bisschen mehr Gas. Okay. Meinst du wirklich, Kim kann bei dir wohnen? Ja, ein Versuch wär's doch wert. Das wär für mich natürlich eine ungeheure Erleichterung. Ja, gut, lass uns das später genauer besprechen. Ich sitze nämlich gerade im Auto, ja? Tschüss. Oh mein Gott, das ist aber so nückel. Was mit er? Ja. Wir haben ein bisschen krankend. Verdammt, ich hab mein Handy nicht dabei. Herr Basulke? Herr Basulke? Mein Akku ist leer, verdammt. Was machen wir denn jetzt? Herr Basulke? Herr Basulke? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hallo, bitte kommen Sie schnell, hier ist ein Unfall passiert. Ich, das ist doch jetzt vollkommen egal. Hier ist jemand verletzt. Auf der Landstraße von Erfurt nach... Bischleben, Bischleben, Bischleben. Nach Bischleben. Ach, bitte kommt nicht schnell. Herr Basulke. Der Dinkel, das wusste schon Hildika von Bingen, beschert seinem Esser rechtes Fleisch. Wir arbeiten doch zusammen, oder? Ich will auf jeden Fall mit Berti in eine Gruppe. Nachzuzüchten, das Oberkrömer Rotkorn und das Schwabenkorn. Eine Rückzüchtung der alten Sorte Roter Tiroler. Wer möchte sich denn nun woran versuchen? Wir machen das mit den Tirolern. Oder mal ein Bild. Von mir aus gebaut, klar. Ich mach bei euch mit, ja? Schön, dass du dabei bist von mir. So, dann hätten wir noch Fragen. Ich möchte, dass du dabei bist. Schlagen, schlagen. Weißt du nicht, die Steine können ein gutes Wort bei deinem Vater für dich einlegen. Schließt ein bisschen die Beine zusammen. Hat jemand dazu vielleicht noch Fragen? Mensch, red doch mal mit dir. Sie ist zu helfen. Verlass dich doch. Von wegen. Wer sich auf die verlässt, der ist verlassen. Sag mal, warum älst du eigentlich die ganze Zeit so rum? Ich stand ans Fall, komm in Ordnung. Glaubst du? Was machst du denn mit? Wählt euch noch wohnen an. Wer hat noch nichts von euch jetzt? Weiter geht's. Wir müssen ihn in diese stabile Seitenlage bringen. Oh, das ist mir doch mal. Oh nein, endlich. Vielleicht kriegen Sie die Hilfe. Ja, was ist okay. Lassen wir die das doch mit dieser Seitenlage machen. Hannes. Komm schon. Hannes, spinnst du? Wir können dich einfach alleine lassen. Spring auf, schnell. Der Notarzt kommt doch gleich. Nun mach schon. Denk an deinen Führerschein. Ich will auch baden gehen. Bruderherz, du weißt doch ganz genau, dass wenn du nicht sofort nach Hause kommst, Papa... Ja, ja, ich kenn den Text. So, und jetzt geh ich schon hin. Das ist nicht so schwer. So, und die Reisegruppe Sonnenschein mir nach. Frau Steiner? Nehmen wir mir noch eine Frage? Naja, also, nicht direkt eine Frage. Irgendwie schon, obwohl... Ah, ich verstehe. Es ist ein Rätsel und ich soll raten, was du von mir willst. Ich würde Sie gerne um was bitten. Nur zu, ja? Komm, halt mal. Sie sind doch jetzt mit meinem Vater, na ja, zusammen. Und ich weiß, dass ich in letzter Zeit viel Mist gebaut habe. Und das mit dem Doping, das war echt nicht in Ordnung. Und mit Lortmann auch schon mal besser. Einsicht ist der erste Schritt. Zur Besserung, ganz genau. Und ich finde, ich habe mich schon gebessert. Zumindest ist seit den Ferien nichts Blödes mehr passiert. Aber mein Vater fährt immer noch die harte Schiene. Verstehen Sie? Ich verstehe. Und jetzt meinst du, soll ich hier... Naja, wenn ich wenigstens nachmittags mit meinen Freunden abchillen könnte. Oder mit ihnen irgendwas unternehmen könnte. Das wäre echt super. Verstehe. Na schön, also... Ich rede mit deinem Vater. Danke, Frau Steiner. Bitte. Echt vielen Dank. Vielen Dank.